Das ist kein Frachter. Scheiß Zerstörer. Läuft auf uns zu. Einsteigen! Luten! Auf Seerordtiefe gehen! Auf Seerordtiefe gehen. Auf Seerordtiefe gehen. Auf Seerordtiefe gehen. Auf Gefechtsstationen. Auf Gefechtsstationen. Auf Gefechtsstationen. Auf Gefechtsstationen. Auf Gefechtsstationen. Lass, Mann! Weg durch! Komm, 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 komm! Schneller, schneller! Aufpassen, L.I. Ruhr 1 bis 4 bewässern. Ruhr 1 bis 4 bewässern. Ruhr 1 bis 4 bewässern. Er will den Zerstörer angreifen. Verrückt bei dem Seger. Ruhr 1 bis 4 bewässern. L.I. genau tief halten! Vorne, oben, zwei. Hinten, unten, zwei. Na komm! Vorne, Mitte. 13,5 Meter. Mündungsklappen öffnen. Mündungsklappen öffnen. Gegnerfahrt 12. Bug links, Lage 30. Entfernung 6000. Tiefe 2. Torpedogeschwindigkeit 40. Fächerschuss aus Rohr 1 und 3. Streuwinkel 3 Grad. Fächerrohr 1 und 3. Streuwinkel 3. Rohr 1 bis 4 sind klar zum Unterwasserschuss. Fächerrohr 1 bis 5. Verdammt! Verdammt! Verdammt!